Meine beste Freundin Margarete hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, dass alle Geschichten Liebesgeschichten sind. Und wenn ich mir anschaue, was in diesem Sommer alles passiert ist, dann weiß ich, was sie damit gemeint hat. Mal mit, seit wann hast du meine Schwester? Sie kommt aus München und sie studiert Politik. Ich meine München. Politik. Okay? Also wenn ich mich nicht erst in meine Nachbarin verknallt hätte, könnte ich mich glatt in die verlieben. Wie seid ihr Berlin? Die Leute sind mir ein bisschen zu aufgeregt und der Hype hat mich immer schon genervt. Meine Schwester braucht nicht mehr mit uns zu tun haben, weil es unbedingt nötig ist. Exklusiv die Nummer 1 der Dancefloor-Chart. Du studierst also Politik? Ja, was dagegen? Was macht man dann damit, wenn man fertig ist? Was bewegen? Irgendwo da draußen ist. Wer? Wer wo? Irgendwas bewegen und so. Scheiße. Wie ist sein, dass du da drüben irgendjemanden ganz gut findest? Das Sommer ist ganz gut wie eine Hüte. Du musst mir sagen, was dir wichtiger ist. Deine Musik oder die Liebe. Mavi! Ja? Ey, kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Ja, ich wieder da. Jetzt lass mich doch wenigstens erklären! Willst du mir denn erklären? Die ganze scheiß Welt will mir ständig irgendwas erklären! Musst du mir jetzt irgendwas Kitschiges sagen? Das klingt vielleicht komisch, aber ich dachte diesmal wirklich, dass es... Was Besonderes ist? Boah, Jungs, da seid ihr ja endlich! Yeah! Wollen wir nicht nochmal ein bisschen rutschen? Wir sind noch nicht schwanger! Wollen wir uns nicht in der Luft auf den Klo treffen? Ah, eine Malle ist keine Malle! Das hat sich gelohnt! Hö! Hö, 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 hö! Hö, 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 hö Vielen Dank.